Ami kann ja nicht noch Luft kriegen, oder ist es gerade auch noch? Das ist eine Blume! Sie soll keine Blumen fressen! Warum denn nicht? Weil ich das nicht will! Das ist ja nicht die Impfgarn. Und wenn sie dann noch gar keine Scheiße fressen? Das ist ja nicht die Impfgarn. Das ist便宜! Das war's für heute. Was ist los? Auf jeden Fall. Das hat er öfter so. Ist das schlimm? Nein. Also was im Hals. Schmeckt echt. Schmeckt echt. Schmeckt echt. Schmeckt echt. Amy ist fertig. Schmeckt echt. Schmeckt echt. Ich habe keine Chance. Sie sind ohrhaft. So langsam das Tier sich aber durch verschiebe. Ich habe keine Chance.